Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Zunächst einmal möchte ich Kurzstellung nehmen auf die zahlreichen E-Mails, die mich erreicht haben, aufgrund meiner Stellungnahme, die Lügen gegen den Heiligen Koran, die Strafe der Steinigung, die nicht im Koran steht. Auf dieses Video habe ich viele E-Mails erhalten, erwartungsgemäß von unseren Hadith-Muslimen, die den Koran verlassen haben und mich des Euro-Islam beschimpfen und beschuldigen. Dann sollen sie den Heiligen Koran beschimpfen und beschuldigen, dass er ihre geliebte Steinigungsstrafe für Unzucht nicht erwähnt. Und dafür dürfen sie mich nicht verantwortlich machen, dann hassen sie offensichtlich den Heiligen Koran und brauchen Erklärungen, die dem Koran widersprechen, um den Koran wieder zu lieben. Das ist eine ganz deutliche Ansage an diejenigen, dass sie wissen, wenn sie im Heiligen Koran nachlesen, steht ausdrücklich drin, dass die Unzüchtigen gezüchtigt werden müssen. Aber was die wenigsten natürlich begreifen, es geht hier nicht um eine symbolische Strafe. Diese Peitschenhiebe sind keine symbolische Strafe, sondern sie sind eine knallharte Strafe. Es steht ausdrücklich drin, dass derjenige, der diese Strafe exekutiert, der sie ausführt, ihm darf kein Mitleid überkommen. Es müssen genau 100 Hiebe sein, ohne dass sie Mitleid überkommt. Und wenn also vier Zeugen unabhängig voneinander diese Unzucht bestätigen können und die Strafe zur Ausführung kommt. Wir sehen also, wie schwer es ist, dass diese Strafe zur Ausführung kommt. Das muss also schon eine Orgie sein, die von vier Zeugen bestätigt werden können. Dann macht man sich mal seine Gedanken, worum es hier geht. Es geht um den Schutz der Gesellschaft vor öffentlicher oder quasi öffentlicher Unzucht. Menschen und die Gesellschaft davor zu schützen, dass dies zu einer Selbstverständlichkeit wird, was wir hier im Westen schon sehen, dass im Sommer im Park oder in öffentlichen Einrichtungen es mittlerweile modern geworden ist. Man sagt, Sex an ungewöhnlichen Orten. Da braucht man sich nichts vorzumachen, das ist bekannt. Das ist ein besonderer Kick. So. Und das will der Islam verhindern. Deswegen vier Zeugen unabhängig voneinander müssen dies bestätigen. Und dann ist die Strafe der Züchtigung gemäß Koran knallhart. Und es heißt nicht, dass es sich um eine symbolische Strafe handelt. Es ist eine Strafe, an der man auch durchaus sterben kann. 100 schwere Hiebe mit der Peitsche. Das kann zu gewaltigen Situationen kommen, zum Beispiel Schockreaktionen. Oder der Täter kann verbluten, der bestraft wird. Der kann verbluten. Aber es darf kein Mitleid überkommen. Das heißt, es müssen die 100 Hiebe durchgeführt werden. Aber es geht eben darum, dass die Steinigung nicht drin steht. Es geht um das Prinzip, den Koran nicht zu verlassen und nicht andere Quellen über den Koran zu stellen. Jetzt frage ich, was soll das? Der Vorwurf des Euro-Islam. Da müssen sie den Heiligen Koran, dem Vorwurf des Euro-Islam unterwerfen, weil die Steinigung dort nicht drin steht. Das ist zum einen zu sagen. Zum anderen haben mich auch weitere E-Mails erreicht von Islamgegnern, die durch meine Videoaufnahme natürlich aufgebracht waren. Und sagen, gut, dann steht die Steinigung in der Bibel, aber nicht im Koran. Aber was ist mit Schlagen der Frau? Das stände ja im Heiligen Koran. Immer wieder das Gleiche von den Unwissenden, immer wieder die gleichen Parolen und leider, leider wird es einfach nicht stark genug widerlegt. Es wird nicht stark genug widerlegt und es erfolgt hier keine ausreichende Aufklärungsarbeit. Es muss mal hier klar zu verstehen, es muss die Menschen begreifen, das ist häusliche Gewalt. Das heißt, Gewalt gegen die Frau, gegen die Ehefrau, die gibt es, da brauchen wir, nicht zu sagen, der Heilige Koran hat die gebracht. Die gibt es. Hier in Deutschland sind diejenigen, die häusliche Gewalt ausüben, Deutsche, die kennen den Koran überhaupt gar nicht und üben häusliche Gewalt aus. Und was bedeutet das, häusliche Gewalt? Bei jedem kleinen Anlass. Ich habe ein falsches Wort gesagt und der hat mich geschlagen. Der hat mich misshandelt. Und nicht erst, wenn die Frau übertrieben hat und den Mann bis ans Äußerste gereizt hat, sondern es heißt dann schon mal, mir ist die Hand ausgerutscht. Da sagt sie doch tatsächlich zu mir, ich wäre ein Punktpunkt. Dann habe ich ihr eine gedonnert. Wie oft ist das hier im Westen zu hören und zu lesen? Lügen Sie sich einen vor? Sind Sie etwa die Unschuldsengel und die Unschuldslemmer? Erinnert mich an den Film Schweigen der Lämmer. Sind Sie es etwa? Sie haben zu kämpfen damit. Ich habe einen sehr guten Freund. Einen sehr guten Freund. Der ist bei der Kripo. Der ist Kriminalkommissar. Und der kann mir genug Geschichten erzählen. Natürlich ohne Benennung von Namen. Unter Wahrung des Datenschutzes. Allgemein Wiedergabe seiner Erfahrungswerte. Und dann wird mal endlich klar, was Wahrheit ist und was eine lügenhafte Propaganda ist. Tatsächlich, tatsächlich richtet sich die Gewalt meistens gegen Frauen, denen man das gar nicht anmerkt. Zum Teil sogar emanzipierte Frauen, berichtet er mir. Von denen man das niemals erwartet hätte. Die zehn Jahre eine Tortur durchgemacht haben mit ihrem Ehemann. Der sie verprügelt hat bei jeder Kleinigkeit. Aber nach außen hin lassen sie den Larry raushängen von wegen Emanze, die sich nichts bieten lassen. Und das war zum Beispiel öfter der Fall, dass man denjenigen, dem man es nicht angemerkt hat, so dass man ihre Aussage nicht geglaubt hat, weil sie nach außen ganz anders aufgetreten sind, dass man gesagt hat, die lügt einen vor, die will ihren Ehemann belasten, bis eben entsprechend die Indizien vorgelegt wurden. So weit gehend, dass dann plötzlich Dinge ans Tageslicht kamen, Hämatome aus medizinischen und ärztlichen Untersuchungen, wo man sich gefragt hat, wie sind die denn entstanden? Was haben wir denn hier für eine Historie? Was ist denn hier alles zu lesen? Und aus der selbstbewussten Emanze wurde, oder emanzipierten Frau, wurde tatsächlich ein über Jahre drangsaliertes Opfer in der Wahrnehmung der Menschen aufgrund der Fakten derjenigen, die diesen Fall untersucht haben. Und das ist kein Einzelfall. Man möchte uns also weismachen, ja, das sind diejenigen, die den Koran befolgen, das sind diejenigen, die mit häuslicher Gewalt zu kämpfen haben. Das ist eine bodenlose Lüge. Hier in Deutschland ist dieses sehr weit verbreitet. Es gibt sogar Tendenzen, dass es sogar Gewalt gibt, Ehefrau gegen Ehemann. Das ufert aus. Ja, es gibt ja Verbände, die dieses ansprechen, die Zahlen haben, die darauf hinweisen. Und das ist die schweigende Masse, weil ein Mann sich schämt, mit diesem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen oder seine Frau anzuzeigen. Er fühlt sich völlig hilflos und seiner Frau ausgeliefert und wird von der Frau drangsaliert und misshandelt und geschlagen. Das sind Fälle, die wir nicht unterschlagen dürfen. Diese Fälle sind bekannt. Also, das hat nichts mit dem Heiligen Koran zu tun. Das ist das, was in der Gesellschaft gang und gäbe international und weltweit ist und hat nichts mit der Religionszugehörigkeit zu tun. Der Heilige Koran aber mäßigt den Ehemann. Es ist verboten, wenn eine Frau ein schlechtes Wort sagt, ihr eine zu donnern. Das ist verboten. Es ist nicht erlaubt. Der Heilige Koran gibt genau vor, wann es, wenn, unausweichlich überhaupt dazu kommen darf. Das heißt, dass derjenige programmiert wird, dass ihm klar ist, dass es verboten, dass er das nicht machen darf, dass er die Frau nicht schlagen darf. Außer, in einer außergewöhnlichen Situation, obwohl dieses Dürfen dann nicht verstanden werden darf als eine Legitimation, sondern, dass klar gemacht wird, erst wenn diese Maßnahmen alle nicht greifen, dann erst kann der Mann zu diesem Mittel greifen. Was ist dadurch die Menschen, die es einfach nicht kapieren, die es einfach nicht begreifen? Verfassungsschutz untersuchen, Bücher verbrennen, weil sie nicht kapieren, um was es geht. Es geht darum, dem Mann klar zu machen, du kannst nicht zu Hause einen Leri raushängen lassen, wenn dir was nicht passt und du pfefferst deiner Frau eine. Sondern du bist verheiratet mit einer Muslima, die auch den Heiligen Koran kennt. Die auch den Heiligen Koran kennt. Und es ist ausdrücklich im Koran festgeschrieben, ausdrücklich, dass wenn eine Frau die Vernachlässigung seitens ihres Ehemanns nicht mehr ertragen, nicht mehr aushalten kann, dass sie dann die sogenannte Morgengabe zurückgeben kann, um sich aus der Ehe zu lösen. Dann heißt es ausdrücklich, der Mann, dem ist es absolut verboten, seine Frau aus der Ehe sozusagen rauszuekeln, um die Morgengabe von ihr zurückzubekommen, ihr also keine andere Möglichkeit zu geben, als dass sie dann die Scheidung einreicht. Das heißt, der Mann darf ihr keinen Anlass geben, richtig islamisch betrachtet, dass sie die Scheidung einreicht. Dafür darf er ihr keinen Anlass geben. Das ist die Verpflichtung des Mannes. Und was hat es mit diesem Vers auf sich? Dieser Vers berücksichtigt die natürliche Veranlagung der Menschen, die natürlich alle, ach, der Verfassungsschutz, und alle die, die da sind, das sind alles Unschuldslämmer. Ich weiß von meinem Freund von der Kripo, dass Polizeibeamte, dass die vor Gericht standen wegen häuslicher Gewalt. Deswegen, das sind ja alles Unschuldslämmer. Wir suchen nach dem Buch, wo das erlaubt wird, Frauen zu schlagen. Dabei ist das keine Erlaubnis, sondern es geht darum, zu sagen, wenn es zu einer außergewöhnlichen Situation kommt, dass die Frau also gewaltig aufbegehrt, da der Koran sagt, ihr sollt nur so strafen, wie ihr selbst bestraft wurdet, kann man hier auch interpretieren, wenn die Frau den Mann schlägt. Derartiges Aufbegehren gegen den Mann. Das heißt, sie nimmt die Rolle des Mannes ein und unterdrückt den Mann mit Gewalt oder sogar sie vorenthält ihm das Recht der Treue, sie flirtet rum, sie benimmt sich völlig konträr, was selbst hier im Westen dann gesagt wird, Mensch, nimm doch Anstand an, du hast doch Familie, du kannst doch nicht rumflirten. Sagen selbst Menschen, die unreligiös sind, die sagen das. Du kannst doch nicht so rumflirten, bleib doch deinem Mann treu. Oder dieses Hinterhergelaber. Hast du die gesehen? Mein Gott, die springt ja bei jedem an. Die guckt ja jedem nach. Ihr armer Mann. Sie wissen es, sie wissen es, aber wenn es um den Koran geht, wissen sie auf einmal gar nichts mehr. Das heißt, wenn es diese Situation gibt, dann soll der Mann nicht gleich sofort, ja, falsches Wort, Ohrfeige. Nein. Eben nicht. Das erste, was er tun soll, wenn es zu dieser außergewöhnlichen Situation kommt, wo hier im Westen gleich der Mann zuschlagen würde, ja, nach der Statistik. Nach der Statistik ist die Mehrheit so, ja, dass sie sich dann durchsetzt mit Gewalt. Deswegen haben wir häusliche Gewalt. Woher kommt die denn? Sie sind ja nicht irgendwelche Fetischisten alle, oder haben ein Hobby, ihre Frauen zu verprügeln, sondern das kommt aus diesem Naturell, dass der Mann sagt, ich lasse mir von der nichts sagen. Ja, dann haue ich auf den Tisch. Selbst das Hauen auf den Tisch ist nicht erlaubt. Sondern das erste, und das ist immer dieselbe Prozedere, immer dasselbe Prozedere, was vom Mann verlangt wird, das heißt absolute Selbstbeherrschung. Der Heilige Koran verlangt von dem Mann absolute Beherrschung, immer nur nach diesem Prinzip zu gehen. Das erste, was er zu tun hat, ist zu ermahnen. Ja, Ermahnung. Ermahnung, das bedeutet nichts, gar keine tätige Gewalt, gar nichts. Nicht einmal, dass man verbal ausfallend wird, sondern eine Ermahnung. Und sollte ja der Muslim mit einer Muslima verheiratet sein, und sie weiß, der Mann befolgt den Koran, und der ist schon bei der Ermahnung. Was habe ich getan? Außerdem, noch was sehr deutliches, der Mann darf die Frau nur ermahnen, mit derartigen Worten der Ermahnung, wenn sie auch wirklich außergewöhnlich verstößt gegen ihre Pflichten als Ehefrau. Außergewöhnlich. Das heißt, wenn sie über alle Stränge schlägt, dass der Mann sie zu fürchten hat. Ja? Dass ihr Grund habt, sie zu fürchten, steht dort. Ja? Ihr habt Grund zu fürchten. Deswegen, in dieser außergewöhnlichen Situation, ermahnt sie zuerst. Ermahnt sie zuerst. Das heißt, ermahnt sie zuerst. Ja? Und die Frau liest auch den Koran und sagt, mein Ehemann ermahnt mich, so wie es im Heiligen Koran steht. Ich bin also bei Stufe 1. Und der Mann darf das nur tun, wenn Anlass dazu gegeben ist. Denn es besteht das Verbot, ja nicht die Frau aus der Ehe zu jagen, ja, nur um die Morgengabe von ihr sozusagen gezwungenermaßen wieder zurückzuerhalten. Deswegen, was dadurch geschehen würde, wenn sie dann eben die Ehe auflöst und dann sich dann sozusagen aus der Ehe herauslöst, indem sie die Morgengabe zurückgibt. Dazu darf sie nicht gezwungen werden. Das heißt, hier geht es darum, sie so zu behandeln, dass sie nicht gezwungen wird, die Scheidung einzureichen. So muss der Mann sein. Ansonsten verstößt er gegen den Heiligen Koran. Und dieser Koran richtet sich an Muslime, die den ganzen Koran kennen. Ja? Und nicht an Namensmuslime, die diesen Vers rauspicken, um ihren Wahnsinn zu rechtfertigen. Das heißt, das ist eine Mahnung. Nicht zuschlagen, mahne erst mal. Ja? Um eben die Situation zu bereinigen und der Frau deutlich zu machen, dass sie zu weit geht. Ja, das können wir im Westen schon bald vergessen. Ein Wort gibt das andere und dann hat er mich zusammengeschlagen. Ist nicht erlaubt. Ermahnung ist das Erste. Dann das Zweite, das Meiden in den Ehebetten. Das heißt, es findet keine Intimität mehr statt. Jetzt muss die Frau mal langsam wach werden. Jetzt muss sie mal kapieren. Und sie liest selber den Koran. Sie muss selber wissen, ich bin schon bei Stufe 2. Ich bin schon bei Stufe 2. Ich gebe dazu Anlass. Es muss jetzt ein klärendes Gespräch stattfinden. Die Frau muss jetzt auf den Mann zugehen und sagen, hier stimmt was nicht. Was ist los? Das heißt, jetzt wird das klärende Gespräch dringend erforderlich. Sie macht weiter. Das heißt, sie fordert es heraus. Sie macht weiter. Sie macht aber gleichbleibend weiter. Sie bessert sich nicht. Ja? Und dann in der allerletzten Instanz habt ihr erst das Recht, was ihr sowieso macht. Das heißt, der Koran richtet sich an die Menschen, wie sie sowieso sich verhalten. Sie brauchen doch nicht so zu tun, als wenn der Koran die einzige Quelle wäre, die dem Mann erlaubt, die Frau zu schlagen. Das nimmt sich der Mann doch sowieso heraus. Ansonsten hätten wir doch nicht diese ganzen häuslichen Gewalt. Das heißt, dann erst macht das, was ihr sowieso macht. Dann macht erst das, was ihr sowieso kennt und macht. Aber erst mal meidet es. Das heißt, der heilige Koran hat nicht gesagt, das ist vom Grundsatz her grundsätzlich verboten, dann würden wir alle das niemals einhalten können. Niemals würden wir das einhalten können, wenn wir uns über die Situation im Klaren werden, um welche Auswirkungen, Provokationen es geht. Ja? Das heißt, die Frau schlägt den Mann und der Mann darf nicht zurückschlagen. Das muss man sich mal klar vor Augen führen. Sie begehrt auf und schlägt zu und er darf nicht zurückschlagen. Sondern, obwohl der Koran sagt, straft nur so, wie euch Strafe zuteil wurde, hätte er jetzt das Recht zurückzuschlagen. Aber weil er stärker ist, soll er mahnen, wenn sie ihn geschlagen hat. Soll er mahnen. Und nicht gleich zurückschlagen, damit sie damit aufhört. Soll er im Ehebett meiden. Und zuletzt hat er dann auch das Recht zurückzuschlagen. Was die Männer sich sowieso herausnehmen. Das ist also keine Legitimation, sondern es ist eine Mäßigung, weil der Mann nimmt sich das ja sowieso heraus. Alle Männer, die das machen, lesen den Heiligen Koran nicht. Die machen es ja sowieso. Das heißt, es wird hier klar gemacht, wenn deine Frau ja, entweder durch verbale oder durch ihr Verhalten oder eben physisch dich angreift, dass du sie fürchten musst, darfst du nicht sofort zurückschlagen. darfst du nicht erst ermahnen, dann meiden in den Ehebetten und dann erst darfst du zurückschlagen. Das heißt, hier durchbricht der Koran das Gebot in diesem Kontext, so wie man dich straft, strafe den anderen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hier wird es durchbrochen. Nein, hier nicht. Hier gilt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn sie dich schlägt, gleich sofort. Nein. Du musst mahnen. Mahn in den Ehebetten. Du musst alle Maßnahmen durchziehen, bis du selber die Antwort gibst auf ihr physisches Aufbegehren oder dem, was dem gleich kommt. Ja, man sagt ja schon mal, ja, es ist genauso, als wenn die mir einen Schlag in die Fresse gegeben hat. Als sie das gemacht hat, war das für mich ein Schlag in die Fresse. Menschen sagen das und wissen es, um was es geht, aber wenn es um den Koran geht, sind sie auf einmal blind und dumm. Das heißt, es geht nicht um eine Legitimation. Es geht nicht darum, dass sie wie die blinden Hühner dahin gehen und sagen, oh, dieses Buch muss verbrannt werden, schau mal, was da drin steht. Und selber haben sie ganz klar von Menschen, die den Koran nicht einmal ansatzweise kennen, nicht einmal damit zu tun haben, Atheisten, unreligiöse Menschen, wissen sie, dass diese Problematik besteht und dass es nicht um eine Legitimation geht der häuslichen Gewalt wie man sie kennt, die sofort zurückschlagen. Lass mal ein, die Frau schlägt ihm eine Ohrfeier, hat er ihm einen linken Haken à la Klitschko verpasst. Das ist im Islam verboten. Darf er nicht. Er muss erstmal ermahnen, meiden in den Ehebetten und in letzter Instanz hat er das Recht, das zu quittieren. Das heißt, hier ist es also immer noch Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber mit einer Mäßigung, mit einer gewaltigen Zwischeninterlud, mit einem gewaltigen Zwischenspiel, das dazu führen wird, wenn die Frau weiß, hier ist der Heilige Koran, oh, ich sollte damit aufhören, wir sind schon bei der Stufe der Meidung, ich sollte jetzt das Gespräch suchen, ich will es nicht zur Eskalation kommen lassen, oder aber, sie weiß, der Mann geht diesen Weg und sagt, nee, ich will nicht mehr mit ihm zusammenleben, ich löse die Ehe auf. Das heißt, sie hat ja dann die Möglichkeit zu sagen, dieses, was er da macht, akzeptiere ich nicht und ich löse die Ehe auf, aber sie bleibt in der Ehe und macht weiter ihren Mist, dann heißt es, sie lässt es darauf kommen, dass es zu dem Gebot kommt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber wie gesagt, mit einer Zeitverzögerung, einer gewaltigen. Und nicht, dass eben im Affekt dann der Schlag so sehr sitzt, dass es gefährliche Konsequenzen hat, weil es ja auch in diesem Vers heißt, der Mann hat seine Vorzüge, ist also auch kräftiger, in der Regel. So, das ist jetzt hier das Verständnis und jetzt, wenn man das mal erst mal begreift, dann weiß man auch, was eigentlich gemacht wird. Es wird einfach nur kriminalisiert, ohne dass sie es kapieren, aus ihrer eigenen Realität, wie es wirklich ist. So, und jetzt soll mir noch jemand sagen, Euro-Islam, von den Ha-Hadid-Muslimen. Sollen sie dann sagen, das ist Euro-Islam. Gut, es ist ihr Urteil, sie selber müssen wissen, gegen was sie ansprechen. Und das allerbeste, das allerbeste Argument, das immer kommt, immer, ihr könnt kein Arabisch und das ist alles kompliziert und fragt lieber die Gelehrten. Wenn die Gelehrten dem Koran widersprechen, das ist eine besondere arabische Sprache. Der Widerspruch ist dann genehm, der ist dann erlaubt, weil das ist eine besondere arabische Sprache, die erlaubt Widersprüche. In dem Sinne hoffe ich, dass ich alle Fragen beantwortet habe und dass die Menschen ein bisschen ihren Gehirn einschalten und sich nicht von dieser ganzen Hetze, von den Karren spannen lassen, sondern wirklich ernsthaft gewillt sein sollen, die Wahrheit zu suchen, und der Wahrheit eine Chance zu geben, sich darzulegen, das heißt, indem man sie selber überprüft, indem man selber nachliest und es begreift. Unlängst gab es eine Sendung mit Friedman und ich glaube, das war einer von der Ahmadiyya, ich glaube, das war der führende Vorsitzende hier in Deutschland von der Ahmadiyya, den er da als Talkgast hatte und da stellte sich Friedman dahin, Koran schlagen, schlagen, oh, was ist das denn? Ich habe gerade dargelegt, wie man es zu verstehen hat, die Scheinheiligkeit der Menschen, die dann so sprechen, die ist dann aber ganz offensichtlich, wenn man sich dann die Geschichte ansieht mit und um Michael Friedman und dann fragt man sich, was ist eigentlich schlimmer, wenn man den Kontext versteht und begreift des Heiligen Koran, dass das Schlagen eben gar nicht erlaubt ist, sondern im Gegenteil, es ist so, dass der Mann sich dieses Recht herausnimmt und gemäßigt wird und gesagt wird, erst ermahnst du und hast der Frau die Chance zu geben, umzukehren, auch wenn sie dich geschlagen hat. Im zweiten Step meidest du den Ehebetten, auch wenn sie dich schlägt oder sich so verhält, wie als wenn es für dich Schläge sind, dann erst in der dritten Instanz tu, was du sowieso tust, was du am Anfang tun wolltest. Und selbst dann ist dann noch die authentische Sunna, die sagt, aber wehe euch, wehe euch, ihr macht es so, dass es der Frau wehtut. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Oder ein Michael Friedmann, der in der Vergangenheit so aufgetreten ist, was man weiß aus der Presse, dass er Frauen nicht besonders gut behandelt hat. Ich sage nur Stichwort Osteuropa oder Russland und Kokain, da gab es genug, was man hier anführen kann. Deswegen, hebt nicht den Finger, oder wie Jesus das so schön sagte, werft nicht mit Steinen, wenn ihr im Glashaus sitzt. Das geht auch an die Adresse von Michael Friedmann, als er sich so über den Koran erbost hat, so als wenn man das Gefühl hat, vor einem sitzt ein Unschuldsengel. Ich denke, das sollte man vielleicht mal alles beherzigen. Wassalamu alaikum wa rahmatillah, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen ein tiefes Nachdenken.